Hey Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Prison mit MineKing Oh Gott, ihr Aina ist nicht Captive? Nein, das Projekt heißt Minecraft Prison und die Mod heißt Captive Achso, achso, oh, okay Ähm, MineKing hat schon den ersten Fehler gemacht, die Border war ein bisschen kleiner eigentlich Eigentlich waren wir noch auf diesem Quads-Block Ich hatte den Erfolg noch nicht, wir müssen die immer beide freischalten, wenn man einmal auf E tritt Nee, E ist nicht klar Welche Taste war das? I? 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 A? G? L? J? K? Mein Gott, mit irgendeiner Taste die Erfolgeliste öffnen, warte Optionen, mit Steuerung Hä, sind wir dumm? Oder gab es das in der Version noch nicht? Das kommt aus Nee, das gibt es nicht Oh, jetzt habe ich den Screenshot gemacht Aber egal, man kann Escape und dann auf Erfolge drücken Da seht ihr, was wir alles für Erfolge machen müssen Wir schalten ja auch noch neue Erfolge frei Jetzt ist dreimal auf Holz geklopft Schlage einen Baum bis zu einem Rauskommt Ja Ja, geil Oh, da ist eine Kuh Lol, wie viel Glück muss man haben? Das gibt auch einen Erfolg Captain, wir kriegen manche so Sachen dazu Achso Kuh-Schlachten ist zwar ein Erfolg, aber du musst gucken, ob wir den schon machen können Immer Achso, oh mein Gott, wie stressig Ich mache jetzt ein Crafting, dann haben wir noch eine Folge Ja, dann mache ich eine Steinspitzhacke Du kannst auf dem Block nichts platzieren Achso Ich mache mal kurz eine Holzspitzhacke Oh Das hast du jetzt gemacht, bitte nicht Nee, ich habe nichts gemacht, aber ich habe keine Sticks gemacht und wollte dann daraus sowas craften Wenn ich dir die jetzt gebe, da steht ja, wir haben beide den Glück auferzählt, aber wenn ich die jetzt gebe, kriegen wir das nochmal? Nö, dann droppen wir mal meine Spitzhacke wieder Nö Aua Wir haben fast gekisst Wir brauchen jetzt, oh brä Wir kriegen ja nochmal einen Erfolg, wenn ich Stein abbaue Oh, sorry Aua Wolle ich nicht Oh, au, nein Ich will raus hier Spann dich, hier kann nichts passieren Doch Ist gefährlich Warte mal Das ist ja gar kein Erfolg, Stein zu bauen, sondern Hä, nicht? Der Erfolg ist ja Ach genau, wir haben beide unseren Gamma-Wert hochgestellt, dass ihr was seht Aber weißt du, was ein Erfolg ist? Einmal auf Stein geklopft Nein, technischer Fortschritt Ah, okay Das meins, das meins, das meins Nein Nein, die haben nur einen Chicken bekommen Und ich habe den Rest hier Einen Chicken Okay, ja, gib mir die Wo ist sie? Ah, das ist ein Loch, danke Ich würde sagen, wir haben ja nur begrenzt Materialien, weil die Border ja nur begrenzt wachsen kann Mit den Erfolgen, das heißt, jeder Dia ist wertvoll, jedes Eisen ist wertvoll Das heißt, sterben ist nicht gut Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können Aber das ist richtig geil, dass man immer was sieht durch den Gamma-Wert, weil er so hoch ist Ja, ich habe dich jetzt nämlich eingeboden Genau, Leute, also wie gesagt, dann können wir die Border nicht raus Es wird so sein, das haben wir noch gar nicht gesagt Das ist eigentlich immer das Schlauße, was man eigentlich am Anfang macht Aber es wird so sein, dass mein King und ich die Folgen abwechselnd auf unseren Kanälen bringen Aber die erste kommt auf beiden, oder? Die erste kommt auf beiden, logischerweise, weil du auch aufnimmst Ja, stimmt Also ich würde sagen, mit den folgenden Folgen Mit den folgenden Folgen Dadurch seid ihr auf beiden Kanälen einfach dabei Und dann habt ihr die Folgen immer abwechselnd auf den Kanälen Also Folge 1 kommt bei beiden Und danach kommt die Folge bei mir Also Folge 2 kommt bei mir Folge 3 bei Mein King Und Folge 4 wieder bei mir Im Grunde genommen müsst ihr euch vorstellen, alle Rundenfolgen Also alle Rundenzahlen kommen bei mir Oh, hier oben sind ja zwei Setzlinge Ach, von dir, ne? Ja, ja Wir haben zwei Hühner Die sind auch von mir Genau Und ja Oh, ich hab nie eine Idee Oh Aha, das reicht nicht Ja, schon, ne? Also jedenfalls Kommt halt abwechselnd die Folgen auf den Kanälen Das heißt Nicht wundern Oh, nun Ich hab auch so sehr eine Folge gemacht Nicht wundern, wenn die nächste Folge nicht bei Mein King zu finden ist, Leute Sondern die kommt nur bei mir Hier hinter die Steinshirt Wo? Ist das jetzt schon das neue PvP-System? Ja, das ist das neue schon Das heißt, wir brauchen auch eine Axt eigentlich Wobei Axt macht hier noch gar nicht so viel Damage Glaube ich Ey, ist doch Alter Ist einfach scheiße, Mann Okay Wir müssen mal einen neuen Erfolg machen hier Ich komm nicht drauf klar, Mann Wir sind so einfach in Folge 1 durchgespielt Let's go Ich mach jetzt Ich mach jetzt eine Ackerwaffe Ich hab kein Holz Ich kann gar nichts machen Ich hab aber Holz Ich hab die Ackerwaffe Aber wir haben kein Wasser Wir können auch gar nicht ackern Ja, ich hab ne Idee Ja, mach einfach erstmal Dann haben wir einen Erfolg Das geht dann weiter Ob wir uns noch nicht Ich hab schon die Hacke doch gemacht Das war der Erfolg Die Hacke zu machen Achso Aber ich hab ne Idee, Mein King Guck mal Wir dribbeln jetzt das System Wir bauen die Kiste ab Okay Machen wir die Kiste einfach hier hinten an die andere Kiste dran Dann haben wir die hier drin Oh, der Ah, mein Faden Hier, ich hab was für dich Was der Oh, geil, Alter Hast du nicht jetzt eine Vergiftung? Ne, hä? Ich bin absolutelig Ich bin resistent Oh, wir haben Schwein geblieben Ich bin resistent Oh, es hängt an zu regnen Aber egal Ich geh wieder unter die Ere Tschüss Darf ich, warte Darf ich ganz kurz die Seeds Die, die du, die du mir gestohlen hast Aus der Kiste Ja, kann ich Oh Gott, der hat mir das Gewitter Aber wer hat den Weg denn hier nach unten gebaut Ja, ich Dass man nur runterkommt Komm, komm Gib mir hier Die Seeds Ach, jünger Ich hoffe, der Blitz steigt dann ein Danke Oh, warte Wir können Juna ver... Ich bin ein Genius, weißt du Nachzucht ist, glaube ich, entweder noch nicht für uns verfügbar, oder? Hä? Das geht doch nur voll mit den Hühnchen unter die Blümchen Ja, aber dann müssen wir erst Kuhschubser machen Och, so unnötig Sammel etwas Leder Bäckerei Tut mir leid, Kuh Die Lüge Die Lüge Die Lüge Ich hab Leder Warum hast du die Kuh umgebracht? Hä, die ist noch da Nein, die ist neu Die ist gerade wiedergekommen Aber wir werden die jetzt vermehren können Hätten wir erst einen anderen Erfolg gemacht Ja, jetzt ist es halt zu spät, ne? Dafür haben wir jetzt drei Hühner Ja, aber das war eine böse Kuh Cool Das war nicht Paula, die Kuh Paula ist... Oh, lol Heiße Angelegenheit Okay Ja, ich bin eine heiße Angelegenheit Die Paula ist eine Kuh Die macht nicht einfach... Keine Werbung Ich? Okay Nee Aber ich find Paula war schon immer so voll Der Kuhname Auch bevor ich diese Werbung... Der Kuhname, Alter Ist gerade alle Paulas gedisst Hä? Ja, der Kuhname Das ist doch eine Beleidigung, du Kuh Oder nicht? Übertreib mal nicht! Ich grab hier einfach mal weiter runter, ja Vielleicht find ich Eisen Vielleicht Ich hab Kohle gefunden Ich guck hier zu den Tieren, dass denen irgendwie nichts passiert Wieso wachsen eigentlich die Bäume nicht? Was ist das? Leute, die haben ein Ei geleakt Cool, die brauchen wir für die Lüge Oh Hast du es geworfen? Ja Das musst du mir... Solche Sachen musst du mir vorher sagen Wow Herzlichen Glückwunsch Echt, jetzt mal Danke, ey Also Hätte ich nicht erwartet Was muss ich denn hier? Was? Alter, es gibt ja Deswegen das heißt Minecraft Prison bei uns Nicht Minecraft Captain Weil das wäre ja Copyright Nee, aber egal Warte, ich hab Kohle Wir können Essen machen Oh, endlich hab ich Holz Danke, ey Als sie weg ist Weggelutscht worden Von dem komischen hier Warte mal Haben wir Knochen? Ah, nee, schade Sollen eigentlich nicht jetzt auch Monster kommen? Ja, es ist Nacht, ja Bist du ja am Himmel Ja, eben Kann ich nicht ausschlagen? Geh mal raus Wir müssen ausbrechen Im Gefängnis Aua Nee, schade nicht Ich glaub, es funktioniert nicht Aua Nee, es reicht Es reicht Oh Gott, Alter Oh, warte, ich will auch mein Essen Ups Mein Essen reinmachen Hier kriegst du auch eins Das ist noch ein Ei Oh Was würdest du die denn? Wir brauchen die für die Lüge Nee, scheiß auf die Lüge Aua Wird nichts auf die Lüge geschessen Ich will Hühner haben Seid ihr schon wieder Sucht-Ready? Nein, das Kind ist doch Was ist hier grad für ein Creeper Explodiert? Creeper? Das ist ja ein Blitz da drüben Achso Gibt's hier überhaupt Monster? Irgendwie glaub ich nicht Ja, natürlich gibt's hier Monster Aber die können glaub ich hier nicht oben spawnen oder so Keine Ahnung, kann ja sein Digga aber Ich baue mal weiter runter Ja Oh Gott, nicht den Block Ich baue hier grad am Rand der Borderline Hat das jetzt beregnet? Beregnet? Ja, es regnet gerade und ich hab jetzt so was angepflanzt, aber es geht nicht kaputt Das wird jetzt beregnet halt Nein Also so, ja das kann sein Ich weiß nicht, ob das in Minecraft so funktioniert oder ob das nur in Ich hab Eisenerz Oder ob das nur in Äh In Äh Raft funktioniert Stimmt Da geht das Scheiß Mann Achso Leute, was wir noch sagen wollten Ich hab Lol, es ist wieder derselbe Bug Irgendwie auf den Servern hab ich immer das Problem, dass wenn ich, ähm Wenn bei mir was kaputt geht Das hör ich selber nicht, meins ist aber weg Aber mein Kollege hört das, wenn er in meiner Nähe ist Hm? Das ist ein bisschen komisch, aber Hä, wieso liegt da Schnee? What the fuck? Ja, weil dort drüben ist anderes Biom Was? Ja Geiles Spiel Naja, du hast ja Minecraft hast ja die, äh, die, äh, die Biome Ja, stimmt schon Wie lang machen wir jetzt eigentlich ne Folge? Wir machen die Folge 15 Minuten lang Dann kommt da noch ein bisschen was weg vorne und Ende Also die Aufnahme wird 15 Minuten lang Und danach wird es gecuttet Ungefähr, also so ungefähr 15 Also es kann auch sein, dass 14 mal lang sind Aber die Videos sollen nicht länger als 15, also nicht länger als 16 Minuten lang sein Okay, und wie lange willst du aufnehmen? Wir nehmen, wir könnten eigentlich jetzt auch beenden Dann nehmen wir noch kurz ne zweite auf Das passt nämlich noch genau bis halb für dich Okay Okay, dann stell dich mal zu mir Okay, ich stell mich zu dir Hier auf den Tisch, komm Auf die Werkbank Ja, du schwebst bei mir, aber egal So Leute, ja, ich auch, aber egal So Leute, das war's mit der ersten Folge von Minecraft Prison Die zweite Folge kommt dann nur auf meinem Kanal Ja Deswegen Leute, wenn ihr grad bei MeinKings schaut Die nächste Folge kommt bei mir Es gibt eine Playlist, da werde ich alle Folgen reintun Egal ob von mir oder von dir Ich auch, ich auch Genau, und dann würde ich's sagen, Leute Hau da rein Ciao, ciao Tschüssi Tschüssi Bis zum nächsten Mal.